Und herzlich willkommen zu Part Nr. 6 von Schlacht und Metall. Wir sind wieder mit Rohans Armee unterwegs. Wir können jetzt in West-Init oder östliches Rohan gehen. Ich gehe natürlich in West-Init wegen 20,11 Punkte und 10 Rohstoffe. Und da ist die Gemeinschaft. Da will ich hin eigentlich. Da haben wir zwei Truppen. Ich kann noch nicht mal gucken, wie das ist, ne? Gemeinschaft Pipin, Legolas. Dann da ist Bobo Mir und da ist Fröld und Sam. Die sind zurückge... Die reisen jetzt Richtung Schittsalberg. West-Init ist das größte Teilgebiet Rohans. Hier befinden sich die größten Städte und Festungen der Riddermark. Wenn sie fallen, sind die Menschen Rohans verloren. Besiegt alle Truppen Isengards! Guck mal, wir haben unsere erste Festung. Hier ist doch ein Punkt. Haltet die Augen auf! Ja, wir wollen den Loch mal dahin. Die Karte ist nicht so groß. Wir haben ein neues Gehirn. Leiter der Mark! Auf, auf! Das ist ja was Besonderes. Kaufe für drei Bataillonen schwerer Rüsten, steige mit ihr um ihr Hände drauf. Alles klar. Unser Land versinkt im Schatten. Unser Volk braucht ihr ungehöftes Fertig. Was für eine Teufelei ist das? Sauerregen von unserem lieben Orks. Glanzleute! Bleibt zusammen! Haltet die Augen auf! Nell! Macht euch kampfbereit! Beeilen wir uns! Oh, dann gehen wir erst mal angreifen, wenn wir so klingen. Keine Ressourcen. Das sieht so klein aus, oder? Beeilen wir uns! Das gibt's doch nicht. Los! Vorwärts! Oh, hier hin! Ja! Vorwärts! Der Feind hält dieses Land besetzt. Verteidig dieses Land! Verteidig dieses Land! Oh, war gerade ein. Verteidig dieses Land! Ich sag an Ihnen! Die sind doch aufgerüstet. Unsere Gruppen werden angegriffen! Die sind alle aufgerüstet! Das gehört ist fertig! Feuer! Oh, du Scheiße! Die werden uns weggnudeln! Scheiße! Okay, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Das könnte uns doch ganze Tropen zerfügen. Oh, das war schon richtig gut, die zu mir. Ah, normale. Oh Gott, oder? Verteidig dieses Land! Reifen an! Attacke! Wir können die Stallungen jetzt nutzen. Reiter der Markt! Mit dem Krupp muss ich gewinnen. Der Rest wird aufgepusht. Wir müssen uns allein verteidigen! Ah, Bootschütze! Ah, die können kein Feuer abkotzen. Ach du Scheiße! Was kommt denn da oben? Scheiße! Wo kommen die denn da? Das ist ja unfair! Scheiße! Haltet eure Stellungen! Oh, Hans ist gefangen! Oh! Kein Kornkerl. Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Das kann... ...n bisschen schwerer werden. Oh. Scheiße. da wollen wir zu mir zu schnell kann das gehen meine freunde sie brauchen uns hier wir sind bereit zu kämpfen lasst die hoffnung nicht fahren sie brauchen uns hier sie haben angegriffen das müsst ihr schaffen und ihr rum hier überlebt man hier halt wieder meine freunde fach nicht ob die die töten können wir müssen das übel aus unserem land jagen das sind wohl die überbauten schießt fischer haltet die augen offen die töten ja alles was die haben überlebt benutzt alles als waffe halt stopp was machen die da wir müssen unser land verteidigen wir kommen zu spät sie haben das gebiet bereits besetzt los angriff ist die beste verteidigung sie greifen den vorposten an wir sind bereit zu kämpfen ok der map schon das ich dachte ach ja das geht vielleicht fünf mal in Ordnung dann haben wir das gebiet klären wir gehen darüber so gut ihr könnt bleibt wachsam oh hierin vorwärts ich glaube mal super da sind mal nur eine gruppe anwalt vernichtet sie abscheuliche kreaturen wir haben ein neues gehört dies ist unsere stunde los wir müssen jetzt hart drauf kämpfen yo danke wir sind bereit zu kämpfen wo hierin ach hier ist auch noch was dies ist unsere stunde kein wonder dass sie so viel drauf haben die rüstung haben in richtung zu wenig geld hier ist auch irgendwas dies ist unsere stunde wo ist meine einheit hin mit dir lasst die hoffnung nicht fahren ganz in der nähe wir müssen unser land verteidigen verteidigt dieses land schreißen 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 die wagen sind auch noch hier unterwegs ich glaube es ist ja ein bisschen hart wir haben ein neues gehört ach das äh gibt es dann wieder eine größere Posten aber das ist machbar alles machbar alles machbar ich habe schon gesagt dass es machbar ist ja es ist machbar haltet die augen offen haltet die augen offen manne dort so der bord so so wir müssen alle kämpfen ich glaube dort ist der feind reiter der markt ja hey 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 was macht ihr da die schwere rüstung ist fertig das hört sich gut an meister sie greifen an rohan darf nicht untergehen angriff ihr werdet noch nicht untergehen meister land verlass nicht verlass dich drauf wir können ihr habt ja euch die 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 Wir haben ein neues Gehirn. Lasst keinen am Leben! Haltet ein! Unser Land wird belagert! Vorwärts! Yo, Digga. Wir reiten! Da könnte ich nicht plattnen. Ich muss zu Fuß weiter. Beeilen wir uns! Boah wie viele sind das denn schon wieder? Für den König! Der Feind ist unter uns Männer! Vorwärts! Schützt mich! Soldaten Ruhand! Ja, was soll ich machen? Die Schlacht wartet! Voll übertrieben! Übertrieben sage ich euch! Übertrieben! Ja! Ja! Mutig voran! Der Feind! Entdeckung Männer! Vorwärts! Ja! 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 Wir sind ja da alles tot! Wir werden uns Reiter der Macht! Unser Volk brav! Und was ist denn da Pazzo? Alter kommt einem lautereisen Motorrad! Was ist das denn für eine Scheiße? Der Feind ist hier! Unser Land besinkt im Schatten! Hierher! Pazzo! naja das kann übel werden das wird übel einfach nur das wird übel habe ich gesagt der feind ist unter uns männer haben wir uns richtig ist nicht mehr 8 punkte hat er gedacht dass sie mit so einer streitmacht zurückkommen aber wir werden gewinnen unsere lage zerstört wir sind bereit zu kämpfen bleibt wachsam unsere truppen werden angegriffen vorwärts macht euch kampfbereit ich mache was anderes anscheinend bringt die reiter nichts wir sind bereit zu kämpfen gegen so eine riesenarmee wir müssen übertreiben ich meine die kosten ja auch 10 punkte wir müssen ja irgendwas schaffen wir müssen ja wie wir im grün 2 kommen wir müssen kämpfen wir sind bereit zu kämpfen dies ist unser los Leute kämpft wir müssen kämpfen wir tun was in unserer Macht wir müssen kämpfen benutzt alles als Waffe Schwerter und Schilde für alle kämpfen los für Mittel Erde verteidigt dieses Land wir müssen unser Land zurückerobern ich glaube dort ist der Feind tot allen Feinden wir müssen kämpfen wir müssen kämpfen wir müssen kämpfen wir müssen kämpfen jetzt schon wieder Bitch. Ist doch wirklich tot, ne? Oh, die sind alle weg. Scheiße, Mann. Ach, hier sind die. Los, Leute. Die Rebellion begann. Los, macht sie platt. Wir müssen einen Dreiphasenkrieg einsetzen. Das kann jetzt sein. Wir wollen hier noch zurückgeboxt. Wir müssen drauf. Ah, drauf. Die haben ja auch keine Spitzschule und Hörsen hier. So, ne? Der greift doch an. Fuck, das schaffen die. Oder? Kommt, Leute. Wir müssen kämpfen. Kommt, Leute. Wir tun, was in unserer Macht steht. Kommt, Leute. Sie greifen an. Wir müssen kämpfen. Kommt, Leute. Wir müssen kämpfen. Tun sie ja. Wir sind ein starkes Volk. Die Schlacht wartet. Schneller. Macht euch kampfbereit. Zieht euch zurück. Was sind da unten noch? Warum die da hochgehen? Alles als Waffe. Schaut euch um mich, meine Freunde. Wir müssen kämpfen. Bleibt zusammen. Wir müssen kämpfen. Haltet die Augen offen. Kommt, Leute. Wir holen das Land zurück. Unsere Armee kann nicht noch mehr Truppen versorgen. Wir müssen kämpfen. Da kommen sie. Die werden verlieren. Wir feiern. Entdeckung, Männer. Wir haben ein neues Gehirn. Schäfer und Schilde für Bauern. Zerschmettert sie. Jetzt haben die Gönnis hier uns mehr. Oh Gott. Wir tun, was in unserer Macht steht. Was rennt hier da lang? Bleibt zusammen. Wir werden gebraucht. Was rennt hier so komisch lang? Warte, warte, warte. Wir werden gebraucht. Wir werden angegriffen. Lanz, Leute. Es geht los. Lasst keinen am Leben. Bin ja dabei. Ach du Scheiß. Was kommt denn da? Lasst die Hoffnung nicht fahren. Wow. Lanz, Leute. Wo kommt die denn her, Alter? Wir müssen alle kämpfen. Unsere Truppen werden noch berreffen. Kämpft so gut ihr könnt. Rein. Wir müssen kämpfen. Durchbohrt sie mit euren Speeren. Wir müssen kämpfen. Dies ist unsere Stunde. Nein, das Auge. Wir müssen alle kämpfen. Schwerter und Schilde für alle. Wir sind ein Stark. Fürchtet sie nicht. Wir haben ein neues Gehirn. Der Feind ist unter uns Männer. Wann geht das hier nicht? Kann das auch meistern. Lasst keinen am Leben. Kommt, rett sie zurück. Wir müssen kämpfen. Die Schlacht wartet. Kommt, Leute. Holt eure Waffen. Das müssen wir unten schaffen, ne? Wir müssen kämpfen. Kommt, das schafft ihr. Lasst die Hoffnung nicht fahren. Der Feind. Entdeckung Männer. Sie haben angegriffen. Wir haben ein neues Gehirn. Ich brauche nochmal drei Gehirn. So. Oh, Hirn. Schnell. Reitet. Reitet, mein Hirn. Wir müssen kämpfen. Oh, Hirn. Wollen wir. Das Gehirn ist da. Irgendwie das Gefühl da unten ist noch was. Bleibt trockener. Wir müssen kämpfen. Wir haben ein neues Gehirn. Sie greifen nah. Lasst uns aus. Ja, was ist hier unten, ne? Sie greifen an. Holt eure Waffen. Ja. Ja. Ah. Oh. Ah, hier sind schon wieder so wenige. Kommt, Leute. Wir müssen kämpfen. Wir werden angegriffen. Ist ja geschwindet. Oh. 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 Tut. Unser Land wird belagert. Die Dunkelheit verschwindet. Wir stehen. Wir müssen kämpfen. Kommt, Leute. Wir müssen kämpfen. Lasst keinen am Leben. Kommt, Leute. Wir können nicht noch mehr Soldaten bekämpfen. Der Feind! Entdeckung Männer! Was ist das denn hier? Kommt, Leute! Wir müssen kämpfen! Schwerter und Schilde für Bauern! Lasst die Hoffnung nicht fahren! Kommt, Leute! Wir gehen da rüber! Oh, Stöder da! Wir nutzen alles als Waffe! Unser Land wird belagert! Sie brauchen uns hier! Wir werden angegriffen! Wir müssen kämpfen! Kommt, Leute! Wir müssen kämpfen! Kommt, Leute! Wir müssen kämpfen! Das ist hier viel zu hart, dieses Level. Das Spiel spielt total falsch, dann! Kommt, Leute! Wir nutzen alles als Waffe! Wir müssen kämpfen! Ja, haut bloß ab! Ich schneide noch ein Stück Kiescheiben durch, dann könnte er nicht mehr laufen. Wir haben ein neues Gehöft! Wir haben ein neues Gehöft! Sie greifen an! Wir haben ein neues Gehöft! Die kommen von da! Wo kommen die denn her, hier? Oh, hier rin! Kommt, Leute! Wir müssen kämpfen! Wir müssen kämpfen! Wir haben das Lager des Feindes gefunden! Ey, die haben so viele Lager hier! Wir greifen an! Das ist so unglaublich! Das ist so unglaublich! Einfach nur unglaublich! Wir müssen hier mehr einnehmen! Lass die Hoffnung nicht fahren! Einfach nur mehr einnehmen! Sie brauchen nicht noch mehr Soldaten! Wir müssen kämpfen! Wir müssen kämpfen! Der Feind in Deckung Männer! Wir müssen unser Land verteidigen! Vorwärts! Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer fresh! Das ist viel zu viel hier! Wir tun was in unserer Macht! Schreibt ihr den hier an! Das Kampf ist fertig! Wir müssen kämpfen! Wir gehen da rüber! Wo kommen die von da unten denn her? Können wir das mal einer erzählen? Sie greifen an! Wir sind ein starkes Volk! Wir werden gebraucht! Das irritiert mich am meisten, als die da von unten kommen! Wir haben 5.000! Wir haben ein neues Gehöft! Unsere Truppen werden angegriffen! Wir sind ein starkes Volk! Ich habe ihn, Frischbein! Ich habe ihn, Frischbein! So früh sind wir nicht mehr! Wir müssen kämpfen! Wir sind ein starkes Volk! Auf jeden Fall lege ich da, Lara! Sie greifen den Vorposten ab! Fürchtet Sie nicht! Wir gehen da rüber! Es geht los! Der Feind! Entdeckung Männer! Wir haben das Schwer, das ein Schild, werden wir siegen! Dies ist unsere Stunde! Äh, hast du schon wieder das da oben? Unzerstörlich gehofft sein, ey. Hey, was macht ihr doch? Mach die Scheiße weg. Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Warum der von hier und hinten mal kommt. Komm schon, Sauron, du weißt, dass du verlierst. Oh, hier hin. Dass die das Lager mal wieder heiligen, ne? Das regt mich ein bisschen auf. Und das hier kann ich ja gar nicht mehr einnehmen. Weil die ja so hart am battlen sind. Lasst die Hoffnung nicht fahren. Kommt, Leute. Wir werden angegriffen. In den Abgrund mit euch. Ein Ur-Rub, ein Ur-Rub. Genau, das ist schön. Kommt, Leute. Wir müssen kämpfen. Das neue Upgrade ist bereit. Äh, super. Bleibt zusammen. Unser Vor-Posten wird angegriffen. Das ist doch unmöglich, wie viel die da raus... Bucke, ey. Bucke, ey. Wir sind von denen. Und es kommen Tausende wieder. Das ist unmöglich. Wir müssen jetzt einen 2, 3, 5 Phasenangriff machen. Einen 20 Phasenangriff. Wir werden angegriffen. Es geht los. Wir werden angegriffen. Es geht los. Sie brauchen uns hier. Die Leute. Meine Wunden sind tief. Wir haben ein... Oh, Hirn. Noch nicht tief genug. Rückzug. Feuer. Der Feind hat ihn gefällt. Lass uns schnell hier klären. Das ist so gefährlich. Sie greifen den Vor-Posten an. Sie greifen das Landsleute. Unsere Truppen werden angegriffen. Warte mal, ne? Andere machen irgendwie. Landsleute. Ja, scheiße. Der Scheiß-Trupp hat auch keine Schwanz gelangen. Das war der Spanner Rohans. Schon wieder da oben so ein Scheißding. Sie greifen den Schaf euch um, meine Freunde. Der Feind ist hier. Schlagt Alarm. Unsere Truppen werden angegriffen. Wir tun, was in unserer Macht steht. Sie brauchen uns nicht so gut ihr könnt. Komm schon. Glammchen. Wir rotten die jetzt aus. Der Park geht schon lang genug, aber scheißegal. Werft diese Bestien nieder. Sie greifen den Vor-Posten an. Komm, das schafft ihr doch. Wir müssen alle kämpfen. Sie haben angegriffen. Ah, ja. Denk für den. Scheiße. Ich trage das Banner Rohans. Unsere Armee kann nicht noch mehr Truppen versorgen. Wir tun, was in unserer Macht steht. Wir tun, was in unserer Macht steht. Wir verteidig eurer Häuser. Los, tut hoch. Wir müssen die Kandelle verstören. Sie haben angegriffen. Unser Land wird belagert. Wir müssen verhalten. Wir verteidig unter uns Männer. Zerstört es. Ist voll hart, Mann, ey. Sie brauchen uns hier. Gott, mir mal was aus. Wir sind ein starkes Volk. Wir sind ein starkes Volk. Wir sind ein starkes Volk. Lasst euch doch nicht so fertig machen. Es ist nur Saurons Auge. Oh, das ist ein starkes Volk. Der Kandex. Der Kandex. Oh, nein. Weitere Häuser. Sie kommen mit den Vorposten. Wir müssen in unserer Lande verkaufen. Der Feind. Die Entdeckung Männer. Schau dich um mich meine Freunde. Wir müssen das Übel aus unserem Land triangieren. Ich trage das Banner Rohans. Wir haben unser Land verloren. Rohan darf nicht untergehen. Wir haben unser Land verloren. Ich glaube, es ist so gut. Ich trage das Banner Rohans. Oh, das ist so hart. Unsere Kuppen werden angegriffen. Attacke. Lasst die Hoffnung nicht fahren. Gehört ist fertig. Ich weiß gar nicht, muss man hier alle töten oder? Bleibt zusammen, Landsleute. Zerstört es. Wir haben ein neues Gehöft. Landsleute. Der Feind ist unter uns Männer. Ich will die halt voll pushen. Push, 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 push. Ach, da sind die auch schon wieder weiße. Ich trage das Banner Rohans. Das müssen die ja hinkriegen. Weiter, 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 hyper, hyper. Ey, das Deckung ist ja wirklich mal... Ich würde gerade sagen, es ist die Balliste rüber. Wir müssen fest die Hoffnung nicht fahren. So, dann, 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 komm. Lasst euch nicht unterträgern. Oh, die schießen ja, die scheiß Wiese. Wir tun, was in unserer Macht steht. Kommt, Leute. Wir müssen kämpfen. Wir sind ein starkes Volk. Boah, schöner Lager. Wir gehen da rüber. Lasst die Hoffnung nicht fahren. Lasst die Hoffnung nicht fahren. Benutzt alles als Waffe. Sie haben angegriffen. Sie haben angegriffen. Wir müssen alle kämpfen. Zerstört es. Oh nein, ich hab so wenig Einheiten. Nimm das. Wir haben sie aus diesem Land gejagt. Lasst die Hoffnung nicht fahren. Wir sind auch noch nicht besiegt. Wir müssen alle kämpfen. Können wir uns ja noch ein bisschen pushen. Ich meine, wir müssten ja theoretisch gesehen nicht mehr viel haben. Ähm, 31 Minuten, okay. Wir müssen alle kämpfen, Menschen der Rittermarkt. Oh, jetzt sagen, wo bist du, Ehromir? Die sind ja, stimmt, irgendwo. Reiter der Markt, vorwärts. Wenn das nicht klar, die, äh, an der Festung sind, da. Aber so können wir uns schön pushen nochmal. Das freut mich. Wir sind ein starkes Volk. Das freut mich irgendwie. Benutzt alles als Waffe. Habe ich hier noch irgendwo Einheiten, die abgedatet werden müssen? Ne, nur die hier noch. Wir tun, was in unserer Macht steht. Hier entlang, meine Freunde. Gut, dann machen wir mal ein paar vollgepuschte von denen. Wo ist denn hier rum? Ich glaube, das sind die an der Mauer, kann das sein, Leute. Ach, ist nur ein Lager. Dann killt man sie hier an der Mauer. Na klar, ist schon mal an hier rum, ja. Ich egal. Was machen die denn hier? Reiterstelle. Kauf das, äh, kaufe das Update in irgendeinem dieser, äh. Wir werden angegriffen. Bis? Wir müssen alle kämpfern, keine weiteren Einheiten befehligen. Machst du dann automatisch das Update, oder? Natürlich nicht. Fein, 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 fein. Dann haben wir doch ganz gut geschafft. Wir tun, was in unserer Macht steht. Wir müssen alle kämpfern. Wir haben mächtige Einheiten. Jo, danke, Digga. Gut, dann müssen wir noch mal aufschlagen. Das dauert das zu lange. Entschuldigung. Kosten 5000 Uhr. Alter, leckt mich da an der Fiss. Schaut euch um mich, meine Freunde. Reiter der Mark. Männer, rohans. Da oben ist auch noch was drin. Unsere Feinde haben das Land besetzt. Der Feinde benutzt alles als Waffe. Hier entlang, meine Freunde. Unsere Truppen werden angegriffen. Lass sie nicht fahren. Irgendwas stehst du doch hier. Lass die Hoffnung nicht fahren. Warte, mach mal kaputt. Oh, das schießt. So ist. Noch, noch kaputt. Wieso? Wir sind ein starkes Volk. Bleibt zusammen. Du hast uns, du hast. Oh, ich bin voll zufrieden mit euch, Leute. Das Gehöft ist fertig. Ha! Wir haben die Liga gewonnen. Okay, nach 36 Minuten, Digga. Der Schatten wurde zurückgedrängt. Die Bauern, die haben wieder richtig zugelangt. Die Macht Isengard ist ungebrochen. Immer noch ziehen seine Armeen plündernd durch Rohan. Da sind doch die Armeen. Da sind doch die Armeen. Okay. Ich würde mal sagen... Ups. Äh, das war Part Nummer... Oh, das kann ich mir 6. Nummer 6 von Schlachtholt mittelwerde. Und das ist zum nächsten Mal. Tatao. Number 7.